Zoe Deutsch und Nina genießen ihren Antarktis-Trip. Was für ein außergewöhnlicher Perchem-Urlaub. Zoe Deutsch, 28, und Nina Dobrev, 34, haben nicht bloß beide die Hauptrolle in einer Vampir-Serie gespielt, sondern sie sind auch eng miteinander befreundet. Während es die meisten Prominente zu dieser Jahreszeit eher in warme Regionen zieht, kann es für die beiden Schauspielerinnen offenbar gar nicht kalt genug sein. Mit ihren Partnern reisen Zoe und Nina nämlich derzeit durch die Antarktis. Auf Instagram nehmen die beiden Freundinnen ihre Follower mit auf ihren ganz besonderen Trip. Doch trotz der tiefen Temperaturen lassen sie es sich offenbar gut gehen. Auf einem Bild posieren die beiden Schönheiten zwar mit dicken Mützen, doch auch jeweils einem Drink in der Hand, selbstverständlich mit Eiswürfeln. Glücklich strahlen die Vampire Diaries-Darstellerin und der Vampire Academy-Star dabei in die Kamera. Auch Zoe-Freund Jimmy Tatro sowie Ninas Partner schauen weit, 36, sind mit von der Party. Letzterer verriet erst vor wenigen Monaten, dass er mit seiner Liebsten die Welt bereisen wolle. Ehe er ihr womöglich irgendwann einen Antrag mache. Die Zukunft wird es zeigen. Äußerte er sich vage gegenüber E. News.